Hallo, mein Name ist Martin Kausch und ich befinde mich hier in unserem neuen Verkaufsobjekt in Meckenheim. Nachdem wir letzte Woche den Verkaufsauftrag bekommen haben, prüfe ich immer im ersten Schritt die Bauunterlagen des Eigentümers. Ich schaue also nach, ob alle Unterlagen vorhanden sind oder ob ich eventuell beim Bauamt noch weitere Unterlagen besorgen muss. Das ist wichtig, einmal für den Energieausweis, aber auch damit ich Ihnen ein aussagekräftiges Verkaufsexposé erstellen kann. Dieses Haus ist ein ideales Familienhaus. Wir haben sehr viele Zimmer, zwei Bäder und einen sehr schönen Garten. Folgen Sie uns auf Facebook und bei evd24mobilien.de, dann werden Sie automatisch über den Verkaufsbeginn informiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie dieses Haus sehen wollen und ich freue mich auf unsere gemeinsame Besichtigung. Bis dann! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!